Du möchtest die Grounded Theory nach Glaser und Strauß in deiner wissenschaftlichen Arbeit anwenden? Sehr cool! Das wird eine Herausforderung, aber auch eine sehr bereichernde Erfahrung für dich werden. Grounded Theory ist nämlich nichts für schwache Nerven, aber gleichzeitig die mächtigste und interessanteste aller qualitativen Forschungsmethoden. Heute widmen wir uns dem Ursprung der Grounded Theory, und zwar dem Ansatz nach Glaser und Strauß aus dem Jahr 1967. Wir schauen uns an, was davon heute noch übrig geblieben ist und was es mit dem großen Streit zwischen den beiden auf sich hat. Nach dem Video kannst du nicht nur mitreden, wenn es um Grounded Theory geht, sondern weißt auch, ob du deine qualitative Studie nach den Empfehlungen von Glaser und Strauß nur Glaser oder doch lieber Corbin und Strauß durchführen solltest. Und damit herzlich willkommen bei Shribe! Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Angefangen hat alles mit einem Buch, das in die Geschichte der Wissenschaft eingegangen ist. Dieses Buch heißt The Discovery of Grounded Theory und erschien 1967. Bei den beiden Autoren Barney Glaser und Anselm Strauß handelte es sich um zwei US-amerikanische Soziologen, die sich mit ihrem Buch einem Forschungsproblem widmeten. Das Problem bestand nämlich darin, dass die empirische Sozialwissenschaft vom quantitativen Paradigma dominiert wurde. Forscherinnen und Forscher wurden eigentlich nur darauf trainiert, die zu diesem Zeitpunkt großen soziologischen Theorien zu überprüfen. Das war ein Problem, denn warum sollte man davon ausgehen, dass diese Theorien ja alles erklären können? Wäre es nicht angebracht, auch neue Theorien zu berücksichtigen und zu entwickeln? Glaser und Strauß schlagen in ihrem Buch vor, sich auf qualitative Daten zurückzubesinnen und systematisch neue soziologische Theorien vom Verhalten von Individuen abzuleiten. Das Buch ist jetzt über 50 Jahre alt und wurde in einem ganz anderen zeitlichen Kontext geschrieben. Wenn du also zum ersten Mal mit der Grounded Theory in Berührung kommst, dann empfehle ich dir, mit einem Buch anzufangen, welches die Ideen der beiden in den heutigen Kontext überträgt. Schauen wir uns einmal an, was denn eigentlich die grundlegenden Ideen aus dem Buch sind. Erst einmal ist das Ziel der Grounded Theory das Bilden neuer Theorie. Forscherinnen und Forscher sollten keine theoretischen Vorannahmen treffen, wenn sie mit ihrer Studie beginnen. Analyse und Konzeptualisierung erfolgen durch den Prozess der Constant Comparison, also des ständigen Vergleichs. Bei diesem Vorgehen wird jeder Datenausschnitt mit allen bestehenden Konzepten und Konstrukten verglichen, um zu sehen, ob er eine bestehende Kategorie bereichert. Das könnte sein, indem er Eigenschaften der Kategorie ergänzt oder verbessert. Es kann aber auch eine neue Kategorie gebildet werden oder auf eine neue Beziehung hingewiesen werden. Beziehung zwischen den Kategorien. Neue Daten werden durch den Prozess des theoretischen Samplings ausgewählt, bei dem die Forscher aus analytischen Gründen entscheiden, wie und wo die nächste Stichprobe gezogen wird. Erstaunlicherweise ist dieses ganze Grundprinzip der Grounded Theory heute immer noch so, wie die beiden es sich damals überlegt hatten. Neben einer Theorie kann aus einem Grounded Theory Projekt auch ein theoretisches Modell oder eine sogenannte Rich Description entstehen. Alle drei Ergebnisse sind in der wissenschaftlichen Literatur akzeptiert und haben alle ihren eigenen Mehrwert. Eine Theorie setzt sich zusammen aus Beschreibungen, Definitionen von Variablen, deren Beziehungen, Begründungen für diese Beziehungen und den Grenzen der Theorie. Ein Modell besteht aus Definitionen von abstrakten Variablen und deren Beziehungen zueinander. Und eine Rich Description ist eine Beschreibung von empirischen Beobachtungen ohne jegliche Abstraktion. Eine Theorie zu entwickeln hat also den höchsten Schwierigkeitsgrad, dann kommt das Modell und dann die Rich Description. Seit Glaser und Strauss die Grounded Theory zum ersten Mal beschrieben haben, ist allerdings viel passiert. Es gibt heutzutage einige Abwandlungen und verschiedene Meinungen, wie Grounded Theory am besten durchgeführt werden sollte. Die Entwicklung dieser unterschiedlichen Strömungen hat vor allem mit zwei Personen zu tun. Glaser und Strauss selbst. Es klingt ein wenig wie eine Seifenoper, aber die beiden Autoren entwickelten sich in der Folge des Erfolgs ihres Buchs ziemlich stark auseinander. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die beiden unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie der Grounded Theory-Ansatz durchzuführen sei. Glaser publizierte 1978 alleine ein weiteres Buch, in dem er ein paar neue Ideen einbrachte, wie das induktive Entwickeln von Kategorien erleichtert werden könnte. Seine Interpretation von Grounded Theory war, dass der Entstehungsprozess der Codes möglichst frei und ohne vorgegebene Struktur vonstatten gehen sollte. Im Jahr 1990 veröffentlichte sein alter Freund Strauss dann ein Buch mit einer Dame namens Juliet Corbin. Weil ihre Studierenden nicht mit dem offenen Ansatz aus dem Buch von 1967 zurechtkamen, entwickelten die beiden ziemlich klare Regeln, wie das Codieren stattfinden sollte. Und zwar nach dem offenen, axialen, selektiven und dann prozessualen Codieren. Glaser platzte buchstäblich der Kragen und einen Streit um die Identität der Grounded Theory entfachte. Der Grund dafür war, dass der Ansatz nach Strauss und Corbin zwar einfacher umzusetzen war, aber die ursprüngliche Idee des freien, unbeschränkten Codierens missachtete. Glaser empfahl übrigens nur drei Schritte. Offenes, selektives und theoretisches Codieren. Für Glaser war es wichtig, dass von den Daten aus abstrahiert wird und Konzepte gebildet werden, die auch unabhängig vom Kontext bestehen können. Strauss hingegen betonte die Notwendigkeit, dass Kontext- und Situationsfaktoren bei der Analyse zu berücksichtigen seien. Zudem könne die Theoriebildung auch weniger induktiv durch bereits vorhandene Theorien und Literatur geleitet werden. Das war natürlich ein No-Go für Glaser. Im Jahr 1998 veröffentlichen Strauss und Corbin ein neues Buch, in dem sie der alten Idee der Grounded Theory wieder ein bisschen näher kamen. Das half jedoch auch nicht, den Disput ad acta zu legen. Seitdem wird in der Literatur zwischen dem Glaserschen und dem Strausschen Ansatz unterschieden. Bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, welcher Ansatz denn nun der bessere ist, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf Scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info-at-stribe.de für einen exklusiven Gutschein-Code. Wenn du mich jetzt fragst, welchen Ansatz ich empfehlen würde, dann muss ich leider sagen, keinen von beiden. Glaser und Strauss sind die Urväter der Grounded Theory und jegliche Weiterentwicklung der Methode basiert auf ihren Ideen. Aber es gibt heute deutlich bessere Werke, um die Grounded Theory von der Pike aufzulernen oder überhaupt erstmal zu verstehen. Ich würde also mit etwas Sekundärliteratur anfangen. Das beste Methodenbuch zu Grounded Theory, das ich kenne, ist Grounded Theory for Qualitative Research A Practical Guide von Kathy Urquhart. Das Buch ist perfekt für den Einstieg. Danach kannst du mal aus Spaß einen Blick in die alten Bücher von Glaser und Strauss werfen. Das Buch von Urquhart eignet sich aber nicht unbedingt für eine Zitation in deinem Methodenteil. Der Grund dafür ist, dass es eben ein Methodenbuch ist, das die verschiedenen Ansätze erklärt und praktische Hilfestellungen gibt. Ein eigener methodischer Ansatz ist das aber nicht. Wenn ich selbst schon mal Grounded Theory verwendet habe, dann meist mit der Gioia-Methode. Dieser Ansatz wird von Dennis Gioia und seinen Co-Autoren in nur einem einzigen Artikel aus dem Jahr 2013 punktgenau erklärt. Um das Paper und die Gioia-Methode zu verstehen, ist allerdings etwas Vorwissen nötig. Du musst die Grundideen der Grounded Theory wie Constant Comparison oder das theoretische Sampling kennen, um nach Gioia handeln zu können. Auf meinem Kanal findest du auch ein eigenes Tutorial zur Gioia-Methode. Eine Alternative zu Gioia ist das Buch Constructing Grounded Theory A Practical Guide Through Qualitative Analysis von Kathy Chalmers aus dem Jahr 2006. All diese Bücher und Referenzen findest du natürlich unter diesem Video in der Beschreibung.